oh du wirst ein pilz schatz ok wo muss ich dann hin okay auch mal bitte mein leben ist so trist ich bin ein pilz ich muss okay erst gelb dann rot und dann du musst auf gelb so ich bin mal ein bisschen schlau ich bin mal ein bisschen schlau ja ne blau ja rot blau Oh, Ups. No, beauty I like, you know. Flammenwerfer? Mhm. We're almost there. Yo, until tomorrow, Fiona. Good night, Fiona. Oh, uh. Why am I right now? We have some more purple gunk here. Ah, that's much better. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Ach, nö. Ach, nö. Oh, ich kleine Misty. Oh, hoa. Daneben. Würdest du ihn jetzt mal bitte festhalten? Okay, weg. Frag ihn nur, was der da gepflanzt hat. Okay, wir müssen rechts und links das auch noch wegmachen. Oben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass hier dann mehr passiert. Weil wir müssen ja da rüber. Guck mal, ich hab mir jetzt gerade irgendwie mehr erwartet, dass da kommt. Vielleicht auch schon öffnen. Oh, das ist hier mit dem Feind. Ah, hier auch. Dann machen wir erstmal die bei dir. Muss ich ja wieder erstmal sauber machen hier, das Bild. Ich bin ein Blümchen. Oh nein, ich hab das schon da. Runter. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Bäh. Oh ja. Andere Seite. Und dann? Und dann? Ja. Und dann? Und dann? Und dann? So arbeitet man halt auch im Garten zusammen, ne? Mhm. Solange Günther sich jetzt nicht vorstellt, er wäre ein Blümchen. Wir sehen mal frühestens dann im Frühjahr, ne? Ja, also, äh, wo ist der Boss? Das schwer hatten wir eben gerade ja auch nicht. Hm. Ja. Achso, der schläft auf dem Sofa. Achso. Ist der so erschöpft nur von gestern? Waren doch alle ganz harmlos. Hm. Ja, aber selbstverständlicherweise ich dir die Ehre. So. Oh. Oh. Das ist schrecklich. Er wird langsam alt. Oh nein. Nein. Joy. Vielleicht sind wir zu late. Cody, warte. Sei vorsichtig. Joy, du bist hier. Es ist okay, wir sind hier, um zu helfen. Es ist Cody. Du kennst mich? Du kennst mich? Ich glaube, die hat einen Magenverrenkel. Du wirst doch Tomate, Schatz. Ich bin die Tomate. Du siehst juicy. Willst du fokussieren? Oh. Ich kann mich erfolgreich wehren als Tomate. Ich kann mich erfolgreich wehren als Tomate. Oh. Da muss ich raus. Du wirst. Du wirst den Weg zurück. Ja. Ich bin doch schon dabei. Das reagiert halt auch nicht immer sofort sofort. Was kommt hinter dir? Ja. 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 Das ist viel. Ja. Das mal raus. Ja. Wie ist das? Ich bin keine Tomate mehr. Yay, da kommt jetzt bestimmt das nächste an. Blume. Ich bitte Wasser. Ich mach erstmal hier den Platz leer. Falls wir wieder sowas kriegen, dass es nicht viel ist. Wow. Ja, du musst das Ding gleich schlagen. Ich werde dich hier, du schlägst auf Frises. Ich werde dich schlagen, ich versuche es. Jetzt ist deine Chance, Mann. Hey, ich wurde hier rausgeschleudert. Find ich nicht nett. Jetzt haben wir mehr Platz. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, ja, ja. So viel Platz haben wir jetzt doch nicht. Nee. Oh, das ist unfair. Oh, das war gemein. Oh, das war noch nicht ganz fertig. Oh, das war noch nicht. Jetzt wirst du zu deiner Kartoffel. Yay, ich werde zu einer Kartoffel. Wie geil, ich geist mich selbst. Eine schöne Kartoffel. Ich bin die coolste Kartoffel, die es gibt. Aber sowas von. Hier noch zwei. Nur noch eine. Okay. So, bäh. Ja. So, bäh. kommst du kaum mit dem bisschen wasser gegen doch das war toll du warst deine Karton? ja endlich mach hier erst wieder sauber ja geh weg hinter dir ich hab was gegen gestern echt? ja ich ich glaub die hat uns wieder ausgespuckt ja wieso hat mich das da erwischt? hm was wieso bin ich tot? ah wenn ich nicht drauf starb wie böse oh nein oh 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 Mist hat mich das doch noch erwischt nein bin ich runtergefallen nein wieder zurück Mist bin gegen gekommen oh oh scheiße schwing runter uuuuuh 98 cylinder hüh du musst dein langes Geräuschen mein Schatz beers 23 paralene hm und was wirst du jetzt? Eine Zitrone? Limo. Limo. Limette. Limette. Och bist du ein süßer Limettchen! Geh weg! Oah! Ich sag ja, gegen das Zeug kommst du kaum an! Boah, das sind ja noch welche! Oh, wo sprichst du denn hin? Oh, lass mich doch in Ruhe! Okay, das sind die 20. Die es so ist! Ich fühle mich, das ist! Ich kann mich zünden! Ich fühle mich etwas über die어침ung! Das ist das Kaffir, der 8ah! Ja, das ist ein Kaffir, zu dir. Das ist ein Kaffir! Ja, das ist ein Kaffir. Das ist eine 12! bin unten ja muss noch was aus dem weg räumen ich bringe es zu ende ich glaube jetzt hat sie keine kopfschmerzen mehr es ist es wirklich ist joy sind Sie okay ich bin jetzt danke danke oh ich sollte dich auszusehen ich bin sorry nein ich bin sorry ich verstehe nicht wie wichtig es war für kody ich bin jetzt das ist gut aber es ist nicht dein fault kody gab es auf sein ich bin ein partner aber nicht partner müssen wir uns empfehlen wie soll ich weitergehen wenn sie nicht glaubte in mich niemand kann von dir von dir unless du es es alles ist auf w w Hi, da. This will make Dad happy. He loves flowers. He loves flowers.